Patrick Konrad ist bei der Pyrenäen-Generalprobe erneut auf ein Spitzenergebnis losgegangen und hat die 14. Etappe der Tour de France mit Platz 2 gekrönt. Der 29-Jährige lieferte am Samstag beim Solosieg des Niederländers Bauke Mollema ein auffälliges Rennen in der Verfolgergruppe und bewies im Finish in Quillen auch Sprinterqualitäten. Nach Gregor Mühlberger 2019 zeigte bei der Frankreich-Rundfahrt wieder ein Österreicher mit einer Top-3-Platzierung auf. Das Feld mit den Favoriten und Gelbträger Tadej Pogakar erreichte das Ziel nach 184 Kilometern mit einem Rückstand von mehr als sechs Minuten. Dies nützte der Franzose Guillaume Martin, der ebenfalls der Fluchtgruppe um Konrad angehörte und als Elfter das Ziel erreichte, zum Vorstoß von Platz 9 auf 2 der Gesamtwertung. Pogakar liegt nun 4 Uhr 4 Minuten voran und könnte am Sonntag wieder hartnäckigeren Angriffen ausgesetzt sein, wenn es auf dem Weg nach Andorra über den mit 2408 Metern hohen Port Den Valira als höchsten Punkt der Tour geht. Vor extrem herausfordernden Tagen hatten es eine ganze Reihe von weniger bergfesten Fahrern noch einmal auf einen Etappensieg angelegt. Das Rennen war nervös und allein in der ersten Stunde mit einem Schnitt von etwa 50 Kilometern pro Stunde enorm schnell. Erst nach gut 100 Kilometern hatte sich schließlich eine Gruppe formiert, zu der neben dem späteren Sieger Mollema auch Bora-Profi Konrad zählte. Er war nach zwei dritten Plätzen beim renommierten Kriterium Dudofin und als frisch gebackener Staatsmeister nach Frankreich gereist. Ich bin gut drauf, die Form passt, hatte Konrad bekundet. Er überstand dann auch einen Sturz in der Anfangsphase der Rundfahrt gut und schaffte auf dem siebenten Teilstück mit Platz 7 sein bis dahin bestes Tagesergebnis bei der Tour. Am Samstag verbesserte er es deutlich. Als bisher letzter Österreicher war Konrads damaliger Bora-Team-Kollege Mühlberger 2019 als dritter auf einer Tour-Etappe in die Top 3 gefahren. Mollema setzte die entscheidende Attacke zu seinem zweiten Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt bereits 40 Kilometer vor Schluss. Der Lombardei-Rundfahrtsieger von 2019 fuhr eine Minute Vorsprung heraus und rettete diesen bis ins Ziel. Dahinter war der Konrad eine der treibenden Kräfte für Tempoverschärfungen. So forzierte er selbst im Anstieg auf den Col de Saint-Louis den letzten Gipfel des Tages, das Tempo, konnte die verbliebenen drei Kontrahenten aber nicht abschütteln. Im Sprint der vierköpfigen Verfolgergruppe bewies der Niederösterreicher dann aber den richtigen taktischen Riecher und die schnellsten Beine. Er verwies den Kolumbianer Sergio Higuita auf Platz 3. In der Gesamtwertung verbesserte sich Konrad auf Platz 23, plus 51 zu 17 minimal. Dieses Klassement war für den Wahleisenstädter aber von Beginn an nicht von Interesse. Er ist vorwiegend als Helfer des siebplatzierten Niederländers Wilko Keldermann beschäftigt, aber auch mit Freiheiten ausgestattet, wie der Samstag zeigte. Am Sonntag wird das große Klettern eröffnet. Erneut gibt es aber keine Bergankunft. Das Tagesziel ist nach einer Abfahrt in Andorra-La Vella. Das Tagesziel ist nach einer Abfahrt in Andorra-La Vella. Das Tagesziel ist nach einer Abfahrt in Andorra-La Vella. Das Tagesziel ist nach einer Abfahrt in Andorra-La Vella. Untertitelung des ZDF, 2020